Musik Einen wunderschönen guten Abend, hier ist wieder der hin on YouTube. Genau, was sehen wir heute? Ich spiele sie Pläne. Und dann würde ich mal sagen, wir beginnen mit dem Spiel, oder? Auf Start! So, auf geht's, mein lieben Freund, noch kurz einen Kinderriegel in den Mund stecken und auf geht's! Uh, hui, oh, yeah! Nennt mich einfach mal Karl. Bin kein Käfer, aber egal. Es kommt Wind, oh, ist ein Pläne. Ziel ist es wahrscheinlich irgendwo hoch zu fliegen, oder? Das sagt man dir. Wir fliegen hoch, komm, schön hoch, schön hoch, komm fliegen. Was jetzt? Hallo? Oh! Leute, Leute, es ist ja schlimm, die Gefahren gibt es in der Luft, muss ich schon sagen. The Pläne gibt es bei Steam, das Spiel hier. Ja, ist ein kostenloses Spiel. Und ich wollte es euch mal zeigen. Oh! Oh! Alter! Boah! Komm! Raus! Scheißspinne! Scheißspiel! Hahaha! Boah! Alter! Boah! Ey, der beste, was ich... Die machen nämlich kaputt, hier, das Spiel, ey. Was gibt's denn hier noch? Oh, ne Fl... Ah, ne Blatt! Blatt! So, hoch! Flieg! 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 Schön hoch! Ist das jetzt ein schönes Spiel? Nein, aber was hast du denn heute Abend so gemacht? Hm! Ich bin ein Insekt geflogen. Habt ihr so gemacht? Oh, ich war auf dem Klo. Achso. Ja, da war ich auch schon. Hahaha! So. Schön weiter hoch. Irgendwie das Lichtstrahlen. Seht ihr die Lichtstrahlen? Und das ist... Wie folgen mal den Lichtstrahlen? Oh! Ist das ein Hubschrauber? Oh, Wind! Oh, Wind! Ey, da! Ich bin ein Insekt! Ich hab mich gar nicht lieb! Ey! Scheiß Blatt! Ja, hab ich mitgekriegt. Das neue Star Wars kommt nächstes Jahr. Terminator 5 kommt auch. Und? Was ist das denn jetzt? Affe? Ein Vogel? Also Terminator 5, Star Wars. Und James Bond. Ah! Alter! Ist hier... Wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Ey, was wollt ihr von mir? Alter! Oh! Ich hör Musik! Da kommt noch ein Nisse, wahrscheinlich. Ja! Oh, nochmal Wind! Oh! Ich mach mich fertig! Ehh! Da kommt wahrscheinlich dicke Fliegenklatsche oder sowas! Komm bitte! Gib's mir! Komm hoch! Ich möchte nach Hause! Ich will nach Hause telefonieren! Los jetzt! Und ich flieg. Oh. Oh. Oh, schön. Geil, oder? Sieht geil aus, oder? Ich flieg aber weiter hoch, komm, hoch. Los. Und jetzt? Hallo? Was ist denn los? Was ist da? Hallo, Mama? Mama? Nein, 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 nein Hilfe. Bin ich jetzt verbrannt oder was? Oh Menno. Scheißspiel. Bin ich sauer. Bin ich im Himmel oder was? Was kann eigentlich wahr sein? Ja, The Plane. Zockt es an, wenn ihr Bock habt. Zockt es an. Ihr habt es jetzt gesehen, was die Aufgabe ist. Jetzt bin ich total... Ich bin total... Ist das jetzt die Schwester oder der Bruder? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum bin ich... Ich hätte wohl im Spinnennetz bleiben sollen. Was ist besser, von einer Spinne aufgefressen zu werden oder von einer Lampe zerfetzt zu werden? Also, mir wird ja geschmolzen, bin ich ja dann. Oh Mann. So, also. Der Henner YouTube abonniert mich und man sieht sich und man hört sich und ich wünsche euch ab heute auch natürlich ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Henner. Tschaui.